Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Spiel The Crew. Ja, was machen wir heute? Ich habe mir heute gerade eben mal kurz die Satellitenstation hier geholt. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen belesen. Alle, die man sieht, die Erkundungen, da kann man einfach so Blitzreise hin machen. Und das ist dann natürlich... Ich weiß, wir wollten sie alle abfahren, um die Gegend ein bisschen zu sehen. Wir wollen auch ein bisschen Kohle kriegen. Und uns so quasi, ja, neue Autos leisten zu können. Denn unser Fuhrpark soll ja auch schon ansehnlich werden. Ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen und neue Fahrzeuge und so weiter und so fort. Und nicht nur ihr, sondern auch ich. Und was braucht man dazu? Eine Menge Asche. Und deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen Blitzreisen. Wir werden uns nicht Blitz-Dingsen, sondern wir werden Blitzreisen. Kuisei, hallo. Der Freedom Tower. Schön, sehr schön. Ich finde es übrigens auch gut, dass wenn man da hier so steht und sich das beruht, dass sein eigenes Fahrzeug auch dort steht und nicht wie in den Garagen verändert, sondern so wie es auch wirklich ist. Weil, ähm, ich finde es ein bisschen schade, wenn nicht sogar zu sagen, traurig. Ach, hier ist noch ein Performance-Hangler. Oder ist der selbe? Ach, der selbe. Echt dummkopp. Ähm, da können wir nicht hinblitzreisen. Wir haben ihn nicht erkundet. Den genauso wenig. Den genauso wenig. Oh, guck mal. Hier, äh, ach, die werden auch angezeigt. Hier unten irgendwo ist noch ein Teil vom... Ach, die werden auch angezeigt. Hat er zum Wegpunkt setzt? Hat er nicht. Moment. Das machen wir nochmal. Wir fahren jetzt mal hier runter. Das wusste ich nicht. Wegpunkt setzen. Jetzt. Das wusste ich nämlich nicht, dass er quasi auch die Hot Rod Teile so leicht markiert. Also, die Radar-Station habe ich schon gesehen. Dazu ist mir doch egal. Ähm, das hat die grob markiert, damit man so eine grobe Peilung hat, wo man denn hin soll. Aber dass das mit Hot Rod Teile genauso ist, das wusste ich nicht. Also, wir werden jetzt in dieser Folge, ähm, ja, wieder so eine Erkundungstour machen. Uns ein bisschen die Gegend anschauen. So wie das Gebäude hier. Ähm, ja, schade, dass man nicht hochgehen kann. Ähm, die ganzen Erkundungspunkte holen für Cash and the Tash und so. Und dann mal gucken, wie wir das so mit den Hot Rod Teile kriegen. Also, ich werde versuchen, um das, äh, kurz zu halten für euch. Natürlich wollen wir uns auch nicht in die Gegend angucken. Aber ich werde versuchen, immer in die Nähe mit der Blitzreise zu arbeiten, damit wir, ja, so erschbar ich mir, äh, Schneiderarbeiten. Die ich es wieso nicht machen würde. Und des Weiteren, ähm, erspare ich euch quasi, ja, unnötige Fahrerei. Allilter. Aber auf der Tour hier können wir ganz gut mal das Performance-Clip testen. Was wir in der letzten Folge uns, äh, quasi, äh, gekauft haben. Oder unsere Geschenk bekommen haben. Watt, 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 hier lang? Okay. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Na gut. Aber ich finde es auch eine ganz gute, äh, Möglichkeit, das Performance-Kit mal zu testen. Ich finde, er, äh, er klebt schon gut auf der Straße. Also, da muss man jetzt nicht mal sagen, ähm, das Performance-Kit hat schon etwas gebracht. So, jetzt haben wir so einen Kreis raus. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie so plötzlich abfahren. Oder haben jetzt hier einen größeren Unfall. Oder mehrere. Ähm, oder noch mehr. Ähm, ja, ich glaube, das war's für uns. ja stufe 21 papa 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 das gibt es ja in stufe 20 ist ja hier los und wieder an und weil auf dem weg dorthin sagt man noch ein hotpot teil kriegen aber da fahren wir jetzt mal vorbei wir müssen auch im rückweg und sie so dann von dem her los auf der straße hinkriegen umdrucken wird jetzt nicht so groß im gegenverkehr kommt oder wieder schneiden wird wäre nämlich nicht so schön du hast london gut wieder bronze wieder 27 ich glaube wir sind für das gebiet gar nicht bereit aber wir sind hier die letzten renner hat uns der kennel so ein bisschen geholfen das habt ihr ja gesehen aber jetzt mal ernsthaft das hätten wir auch schon nach 50 versuchen bestimmt auch so geschafft hätten wir ein paar dinge gedauert und verfolgen aber im endeffekt hätten wir auch das gebrochen haben wir ja bis jetzt immer geschafft machen wir das licht an die dämmerung kommt nämlich gerade mit hammer hammer vernünftig so da fängt es auch schon an mit winklein mit snalom fahren so hinter uns ich hoffe das ist aber noch auf dem abschnitt hier und dass wir jetzt ansonsten auf die unterrüber gefahren sind wir checken das mal kurz das ist hier irgendwo zipfel aber ich glaube es ist auf der anderen seite oder war es moment mal ist es vielleicht sogar kann man es von hier vielleicht sogar sehen das wäre ja verrückt aber deswegen packen die das immer in den Wald da na was ist denn hier vorne mann da oder da das muss ich jetzt wissen das steht da vorne haben wir das schon gesehen tatsache guck mal verrückte welt wer bekloppt äh haben es doch danke 2 von 20 du weißt äh soweit von 8 ok irgendwo da war noch eins da gehen wir mal mit der blitzreise hin schwuppdiwupp so gehen wir uns mal kurz an Florida Keys also kommen wir doch schon mal ein bisschen rum war da so ein häuschen haben ne schön fernab von der welt gut die autobahn könnte ein bisschen stören aber so viel verkehr wenn wir jetzt nicht da lang fahren wie ein bekloppter so viel verkehr dürfte er jetzt auch nicht sein und offensichtlich äh schöne corvette kann man es sich ja auch irgendwie leisten so hier haben wir gesehen ist noch einer das heißt wir machen jetzt hier nochmal eine blitzreise hin schwupp da sind wir auch schon und ähm dann holen wir uns kurz den Punkt zack coconut grove so was ich machen wollte äh ja die sind aber wieder wegfühlen versuchen wir mal Broke Mogul und jetzt äh müssen wir setzen wir uns einfach mal grob hier in dem Bereich also ich denke mal es ist auch mittig vom äh irgendwo im Wald deswegen setzen wir uns einfach mal einen Wegpunkt in den Wald rein und fahren da jetzt mal hin da mal mehr PS bedeutet automatisch vorfahrt also ich weiß nicht wo er seinen Führerschein gemacht hat das erste was mein Fahrlehrer mir damals beigebracht hat wenn du einen Wagen siehst der definitiv offensichtlich mehr PS hat als du lass ihn fahren das ist auch mal so ein Phänomen ähm ich sag mal so nichts gegen Fahrradfahrer ich fahr auch ab und zu gerne mal Fahrrad aber das ist so ein Phänomen ähm weiß ich nicht jeder kennt's wahrscheinlich der selber Auto fährt hier steht an einer Ampel und dass die Fahrradfahrer seitlich vorbeifahren da stehe ich voll und ganz da hab ich gar kein Problem mit mach ich auch aber wenn ich sehe da vorne das ähm einer abbiegen will ne also entweder platziere ich mich direkt vor ihm so ein paar Meter damit äh weil ich weiß okay ähm er wiegt eh ab er kann eh nicht Vollgas geben aber kennt ihr diese Fahrradfahrer die an allen Autos vorbeifahren und sich mittig vor das erste Fahrzeug stellen warum warum um Gottes Willen tut man sowas ich verstehe es nicht ich werde es nie verstehen ähm es ist bekannt dass ein Fahrradfahrer vielleicht die ersten Meter bei der Beschleunigung besser unterwegs ist als ein Auto so die ersten 2-3 Meter ja da sah ich auch oh 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 ähm ja das haben wir jetzt weil ich gerade verpeilt kann dass noch was läuft da sah ich auch nichts gegen aber nach den 2-3 Metern was ist denn dann da kommt das Auto und sagt hier Keule Platz weil ich schneller kennt ihr ne und jetzt meine Frage warum tun das Fahrradfahrer fahren müssen dann links sagt man hier ähm sind aber ganz nah dran sind bestimmt jetzt einmal drum herum gefahren boah so ungewischt ist aber eklig ich soll da wieder hinter mir warte mal machen sie jetzt mal so du 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 eine enge Kurve ich will so ein Hot Hot haben ich will endlich mal so ein Hot Hot besitzen da steht er doch Hallöchen ja noch ein bisschen so 2 von 20 äh 3 von 20 das Gebiet haben wir auch schon mal erkundet das ist doch schon mal schön weiß denn jetzt hier was sein sollte so erkundungstechnisch könnt denn wir da auch hin so wir gucken jetzt mal explizit nach den Hot Hot teilen hier ist nochmal eins können wir da irgendwie oh da hier oben ist auch eins guck mal hier in dem Bereich dann machen wir hier mal eine Blitzreise hin so genau jetzt müssen wir wenden wenn mich jetzt meine Orientierung nicht völlig täuscht dann hier vorne rechts weg dann hier vorne rechts weg ach hier költe Scheiße okay das glaube ich pappla papp so da fängt es doch schon an genau siehste läuft doch so so irgendwo links schauen wir doch mal hier links nach Platz Jonge oh Hot Hot Teile so ab in den zweiten mit dem Performance Kit durchs Gelände das wird mir jeder Mechaniker danken raum 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 hier vorne leicht links da vorne steht da guck ist doch gar nicht so schwer so angebummst haben wir gewonnen 4 von 20 mhm so einfach geht das manchmal so haben wir hier unten irgendwas hier unten plink plink gar nichts hier oben haben wir jetzt noch einen da bringt es auch nicht groß abzukürzen vermute mal er ist hier oben so mittig von dem Strahlenzentrum ja müssen wir jetzt wieder eine längere Tour machen ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen aber ich denke wenn wir den ersten Hot Hot haben ähm ich hoffe es ist ein geiles Teil und es äh entschuldigt all die Arbeit und die Zeit die man da investiert kann man ja schon kennen seinen äh Kommentar oder von irgendjemand von euch die Kommentare schon wieder vorstellen nein der Hot Hot lohnt sich gar nicht der ist zwar höfst anzusehen aber auf der Straße ist der total doof ist mir egal es ist ein Sammelgegenstand äh den kriegt man umsonst und was umsonst ist ja ich bin ein Ostkind was umsonst ist muss ich mir einfach holen also nicht alles dass hier wieder auf komische Gedanken kommen aber ähm was umsonst ist ja da greift wieder das Sprichwort eingeschränkt Gaulchopfer nicht ins Maul mag es noch zu schlecht sein man kann nichts falsch machen denn ähm umsonst steht da was will man falsch machen bei umsonst man geht ja manchmal in den Laden und sagt wir arbeiten jetzt mit oder auf dem Snowmarkt oder irgendwas ja seht da irgendwas und fragt was soll das kosten ja in Euro 5 sagt er auch na gut wenn es nicht funktioniert bei 5 Euro kannst du nichts falsch machen ne kein anderer dann stand bestimmt jeder von euch stand bestimmt schon irgendwo im Laden und meinte ach mit dem Geld da kannst du nichts falsch machen nimmst du mit wenn Schrott dann ist halt Schrott egal und so ist es ja auch bei umsonst ne machen wir uns nichts vor wenn einer sagt hier nimm mal mit dann traue ich nicht mehr kriegst du geschenkt es sei denn es ist wirklich nur noch Schrott und ähm derjenige will sich mit diesem Vorwand hier kriegst du geschenkt mein guter du bist ein guter Kumpel ähm den Weg zum Recyclinghof sparen und will das euch auch bürgen dann ist natürlich umsonst auch kacke aber ansonsten äh ganz ehrlich wegschmeißen kann man es immer noch und umsonst ist nun mal umsonst ne das will ich jetzt grad nicht fahren lass mal sein im Slalom ich bin grad unterwegs ich hatte Bock mich hier jetzt zu drehen so was fahren wir denn eigentlich 300 das ist doch meine Hausnummer langsam wird er doch hier unter kleiner und alter alter Leute ich dachte wir wären fest die äh die Pilaternposten wusste ich nicht dass man die umsehlen kann jetzt weiß ich so und jetzt wird es wieder eklig glaube ich zweispurig gut gefahren und da fahrt schon wieder raus so ich muss kurz vorbeilassen danke 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 heute ich hab's eilig ich bin Arzt ich muss äh ne Niere entfernen und ähm wir fahren völlig falsch rutsch rutschig hier einfach dran ja warte warum sagt denn keiner was von euch wo ist mein Beifahrer der hier einfach mal ins Ohr schreit Junge HALT da mussten wir so dran warte zuvor gesehen ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet öh öh so die Flügelpassagen ich seh einfach nix ne ja die Umgebung nutzen haben wir schon mal gelernt natürlich jetzt fahr ich durch so ne kleine Provinz äh kann doch nur ins Auge ziehen ui schön im Vorgarten geparkt heute musste wieder die Corvette übrigens ich glaub wir werden verfolgt ähm mach den Ik jetzt hier langsam zu dämlich rum und hier steht so ein Zaun oder was es ist doch nicht euer Ernst da sieht schon wieder aus wie scheiße ich fahre da brauche ich doch das Thema hatten wir mal vorhin so wo will der denn mit uns hin ach ja da sind wir ja auch schon gott sei dank ähm wo fahren wir denn mal in den Wald rein ich würde sagen wir den mal den Weg hier die bietet sich gerade an da müssen wir ein bisschen weiter hoch ah schön mit dem Performance Kit über Land und Tal das ist doch mhhh schöne Wurst also steht der da auf dem Berg drauf ne hinter uns haben wir jetzt gerade dran die ganze Zeit im Kreis wieder natürlich ich hallo ja 25 läuft das läuft so hier unten haben wir jetzt nix mehr hotshot technisch ne das nächste ist dann und dann Satellit 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 Auto hier oben ja alter Ostküste ey wir sind ja schon wieder in den Südstaaten und ich wundere mich warum wir so wenig Autoteile haben ähm mittlerer Westen da waren wir noch da waren wir noch schon relativ weit und guck mal hier oben sind wir dank Blitzreise glaub ich äh ja warum mach ich jetzt hier vorne und nicht weiter da ach ich bin doch dämlich naja egal machen wir doch mal hier oben erst mal fertig oder hier oben war doch recht aktiv nicht du ne ne sagt aber auch keiner was ne von wegen hallo warum fängst du davon neu an du hast doch da schon viel mehr Taten äh und warum machst du jetzt hier ein auch verstecken so wir werden von der Polizei geirrt während wir natürlich so kommen wir hier irgendwo gegen wir haben von Kenneth gelernt man sollte dann durch den Wald fahren das hat sich bewährt bei ihm aber jetzt ist ja natürlich fänglich der Wald das ist ja auch natürlich total pickelnd da haben wir ihn und äh man sollte natürlich nicht selbst irgendwo hängen bleiben ne naja vielleicht irgendwann mal festzunehmen da haben wir irgendwo gegen einen Baum man märzt mich ok das mit dem Wald klappt äh total gut das würde ich sagen der klebt uns die ganze Zeit am Arsch und ähm ja ich würde sagen wir ihn in die Art Quertrethode und versuchen einfach mit Geschwindigkeit zu trompfen denn da glaube ich können sie anpacken ja alle Einheiten im Bereich halbieren unser Performance-Kit so und jetzt fahren wir hier mal durchs Gelände weil eigentlich dürften sie uns ja aus der Sicht verloren haben siehste läuft so jetzt müssen wir halt wieder zurück kommen dann klingt loin so jetzt mal hinter der Straße äh glaub ich so hallo hallo ah da ist er so noch geradeaus noch geradeaus noch geradeaus noch geradeaus jetzt weißt das ist mir echt die Tischplatte weg hier aber wir haben auch eine super Federung ne so wir wissen alle Performance-Kit also Renn-Tuning ähm macht es sich richtig gut immer einfach mal ein bisschen durchs Gelände zu brettern das wissen wir ja alle so jetzt einfach mal hinten hinten durch gucken wir uns mal ein bisschen um hier ist ein Pickup äh natürlich ein Van Entschuldigung hier in der Ecke da in der Ecke Hallöchen hier haben wir schon 7 von 20 oh da sind wir ja schon viel weiter hm naja ok das ist Ostküste oder zählt das jetzt hier noch ich weiss das nicht ich mach einfach mal Blitzreise und guck mal wo das sein soll ich vermute mal das ist schon drüben das hilft uns nicht viel der anderen Seite vom See naja da drüben irgendwo wir können ja mal gucken ob wir von hier sind und dann können wir direkt Blitzreise machen aber ich glaub den haben sie direkt hinterm Baum gestellt Seht ihr hier was Exitar irgendwie aber das ist ein kleiner Busch ne da haben sie wahrscheinlich direkt das ach wirst du warte ich pack mich jetzt einfach mal hier rüber irgendwie irgendwie bitte was doch da drüben ernsthaft da drüben steht er wie dumm ist das denn da möchte ich gerne Blitzreise hin machen so danke 8 von 20 schön ja auf welcher Seite steht er jetzt ne also ich würd sagen hinter der Grenze das heißt der gehört zur Ostküste ja so ist es hier oben 1 2 3 4 5 6 7 8 guck mal hier können wir Blitzreise hin machen wenn wir hinten aufs Feld und ich seh wir sind zeitlich total drüber ich bedanke mich fürs Zusehen wir sehen uns gleich in der nächsten Folge tschüss tschüss tschüss